Willst du auch was sagen? Aaaaaaaaaah Herzlich Willkommen bei Fogga's Ultimate Knockout zu viel? Hi Leute und herzlich willkommen zu Fall Guys und sie machte Knockout Knockout Und jetzt kann man sich hier schön die Klamotten auch tragen Wahnsinn, ah mein Hals Show auswählen, was ist das? Wintersport oder Hauptkram? Oh, nur noch 4 Tage der Wintersport Ja, dann lass das machen Nicht das Abbrechen wie individuell zu bei Hä? Spielen So, dann kannst du auf Wie nett Maus Guck erstmal Das wär ja Quatsch Denk ich Ja doch, ich kann Ja jetzt kannst du aber nicht hächten und so Was passiert denn beim hächten? Oh Dann mach der so Und da Greifen Was bringt das zu greifen? Die Leute Oh, was ist das? Oh mein Gott Das musst du wegklicken, nein Ah, ich kanns nicht wegklicken Na toll Oh Diese blöde Einrast Funktion Nein Ich fass es nicht Ist das Voll Fail mit der Einrast Funktion da Oh Oh Ui Ich bin schon gar nicht Mhhh Das ist meine Greifhand Sieht aber schlecht aus, du Upa Ich kann auch mit dieser Hand greifen Ja, warum hüpfst du irgendwie leer? Ich kann auch mit dieser Hand greifen Ich kann auch mit dieser Hand greifen Oh, oder? Da Bam Brauch ich auch da Greifen Ja, was geht, was geht, was geht Ich muss es schaffen Nur der letzte fliegt raus, oder was? Äh Ah Oh nein Fünf Leute nur noch Oh mein Gott Oh, okay Oh mein Gott So Jetzt muss ich hier erstmal gucken Dass ich das hier deaktiviere Gucken wir mal, ob es jetzt besser läuft Wichen Wir haben für diese Leute dorthin sich忌ert Wir haben für diese Leute dorthin右 Porten Hey, 60 Leute Oh mein Gott Ich versteh mal nicht, wo für das Greifen gut ist. Um dich festzuhalten. Ach so. Ich dachte, um die Leute wegzuschubsen oder so. Um sich an denen festzuhalten. Ja. Ja, du bist aber schlecht. Ey. Das ist meine erste Wunde. Hächte doch mal durch. Ja, geht doch nicht. Geh voll dem Boxer in die... So, jetzt, da kommt das Schwierige. Am besten gehst du außen rum. Ja. Alter, du bist gleich letzter. Du bist voll weggebammt. Ist das rutschig oder was? Rutschig. Schnell. Ich kann übrigens nicht hechten. Pass auf die Dinger aufgehen. Aber einfach durch die Lücken. Wind. 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 Lücken. Nein. Was machst du denn? Eieiei. Eieiei. Wieder letzter. Nein, noch nicht ganz. Guck auf die Dinger. Guck, dass du nicht in diese Lücken läufst. Ey, dieser blöder Wind. Deswegen würde ich auch darauf achten. Ja, moin. Nein, so kriegst du das nicht hin. Du musst auf den Wind achten. Jetzt hoch. Und dann in die Mitte. In die Mitte. Rüber. Ey, wie rüber? Was willst du rüber? Geh weiter. Mach weiter. Ja, geht doch nicht. Ach, vorbei. Ich mach das normale erst mal. Lass mich doch mal probieren. Nein. Geh, kann man das normal sein? Normalerweise. Es ist normal. Normalerweise. Normalerweise. Ah, ohne. Lass mich doch mal probieren. Lauter. Ich schaff das! Ja, auch nicht übertreiben. Boah. Eins. Lauf, 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 lauf. Das war klar, dass du da unten rein hübsst. Aber guck mal ein Regen. Boah, wie alle hier schubsen. Hä, ist das nicht gut? Ja, moin. Das bringt nicht viel, wenn da nichts ist, zum Recht. Oh, ich vercheck das ganze Zeit. Greifen ist G und F ist Hechten. Ja, und? Ich habe die ganze Zeit F für Greifen benutzt. Vielleicht hättest du bei dem Wind auch hechten müssen jedes Mal. Ja, hätte ich. Wenn ich wüsste, wie. Oh, voll auf dem Kopf. Wieso? Oh, voll auf dem Wind auch. Wie viel ist das so? No. Oh. Oh. Echten bringt nichts. Das war knapp. Das geht los, links, rechts, alles klar, 3, 2, 1 und los, laufen, du bist mehr weg. Alter, wo kommt der denn so schnell her, alter, schnell aufstehen, aufstehen, hier rüber, 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 die rennen da oben entlang, lauf, 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 ich höchste, ah, boah. Runtergehashtet, runtergefallen, und da kommt der Boxer, wo bin ich, Hilfe, raus hier. An die Seite, an die Seite. Ich sag's doch an die Seite. Och, Menno, blöd, Mann. Ah, sind schon 8 Stück drin, ey, das gibt's doch nicht. Muss ich hier, schnell, 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 da kommt der Will, also festen bringt nix. Alter. Geht doch mal aus dem Weg. Ey, ihr seid so blöd, Männer. Jetzt wär ich durchgekommen, ey. Gehaften. Voll schwer. Ja, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das kippt fett. I'm dead. I'm so dead. Okay, let's go. Ich schaff das. Okay, Tinosaurier. Warum hat er vor dir eine Unterhose? Ich weiß es nicht. Los geht's. Äh, Hechten geht doch mal mit Ed. Oh, au, 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 au. Wer hab ich? Nein, 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 nein. Oh. Naaaaahn. Was ist denn? Au, 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 au. Au. Damn. Oh, Mist. Ein Versuch. Okay. Zwei Versuch war es wert. Nö. Nope. Oh, fast! Warum sind die Schnee immer noch? Warum bin ich ein Dinosaurier? Ein Dinosaurier sitzt. Nein! Fechten! Warum sage ich fechten? Das ist nicht gleich so schwer. Ja! Ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! Oh mein Gott. Was passiert? Ich hab's! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! 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 Okay. Ich bin glücklich. Irgendwas leichtes. Oh no! 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 Das ist geil! Ich bin Team Rot! Ja! 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 Oh no! Oh no! Oh no! Ups! Nein! Ich bin Zeit für diese hässliche Nachricht. Kann ich auch das greifen? Oh no! Halt ihn fest! Nein! Die haben mehr! Oh no! Immer näh'n. nein nein los aber ich habe gerade eben gewonnen ich bin jetzt in der zweiten runde ich glaube auch in der letzten ich glaube auch in der letzten ein kampf um den Oh, ich bin in der dritten Runde. Ich glaube, ich bin in der dritten Runde. Ich bin in der dritten Runde. Ich bin in der dritten Runde. Oh mein Gott. Okay, ich muss festen. Okay, ja, ich muss festen. Ich bin so gut. Ich bin die Sinosaurier übrigens, ne? Wo? Da. Schubst du die doch runter. Nein, bis hier nicht. Mann, ich war so weit. Oh mein Gott, was ist denn? Oh mein Gott, was ist denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist denn? Oh, da haben wir uns. Oh, was ist denn? Oh. Oh. Ich gehe riesig. Und ... Erst mal weit weg. Schrapp's! Ein Schneemann! Ein Weihnachtsschneemann. Endet! Wie die alle hassen. Oh! Guck mal die Arme! Hol dir, geh, Eier verwandeln! Okay! Ich muss jetzt greifen! Ich muss Eier holen! Ich bin Yoshi! Ich bin Yoshi! Okay, wer ist das Team? Ich bin Team Bodo, oder? Ja! Wollen wir uns rein? Ah, ich bin Team Bodo! Ich bin Team Bodo, oder? 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 Oh, sorry! Komm mit! Ich will das Ei! Ja, lass mich in Ruhe! Ich will das Ei! Ja, ist nur mein Ei! Ja! Kannst du vergessen? Das ist mein Ei! Das ist mein Ei! Das ist mein Ei! Los, schnapp ihn! Ah! Ah, mein Ei! Hol' ihn dir! Ich hab dich! Ich hab dich! Woher kommt die denn Ganze? Und das Ei! Ich halte den Ei fest! Wie können die... So! Oh mein Ei! 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 Ja, wir haben gewonnen! Ja! So gut! So gut! Ich hab eins zu dir! Ja, Team Rot ist nur am besten! Gipfel! Da oben! Da oben ist das! Oh mein Gott! Das ist verdammt hoch! Und schwer! Okay! 16 Leute! Und die Abtreibung! Danke! Ich hab' mich gewonnen! Komm' ein! Okay. Oh, komm schon, was ist das? Hey, found this scheiß F. Nee, Ben, ten Bock auf die. Wow, 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 super. Wow, 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 wow. Oh.